Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so eine Parfümflasche eigentlich öffnen kann, um diese umzufüllen. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die meisten Flakons werden so verarbeitet, dass man sie nicht einfach öffnen kann. Hierdurch werden nämlich Fälschungen ausgeschlossen, man kann kein billiges Parfüm einfach hier einfüllen. Das ist zum einen für das Unternehmen super, dadurch macht es natürlich viel mehr Geld. Und für uns selber aus Sicherheitsgründen ist es aber auch eine echt tolle Sache. Was ich hiermit sagen möchte, ich habe mich sehr viel mit diesem kleinen Ding hier oben einmal auseinandergesetzt, sehr viel recherchiert. Es gibt einfach keine Möglichkeit, das Ganze hier aufzumachen, danach etwas Neues einzufüllen und diesen Pumpenkopf wieder draufzusetzen, wieder herzunehmen, ohne dass man hier irgendwelche Gebrauchsspuren sehen kann. Geht leider nicht. Doch wenn jetzt bei dir daheim zum Beispiel die Pumpfunktion kaputt ist und du möchtest das Ganze noch einmal umfüllen, dann gibt es auf jeden Fall eine Lösung hierfür. Zuvor zeige ich dir aber noch eine andere Lösung mit so einem Parfümzerstäuber hier, wenn du jetzt zum Beispiel auf Reisen gehen möchtest und nicht immer diese großen Flaschen hier mitschleppen möchtest. Mit diesem speziellen Zerstäuber habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht, weswegen ich hier jetzt einfach mal die Schnellversion nochmal zeige. Hier oben den Pumpenkopf kann man nämlich abnehmen, einfach nach oben hinwegziehen. Dann haben wir hier unten unseren Adapter. Diesen gebe ich einmal auf den Stift von meiner Pumpe hier und dann einfach hoch und runter drücken. Somit gelangt jetzt nämlich das Parfüm schön in unseren Zerstäuber hier oben rein, was wir auch relativ gut bei diesem Sichtfenster hier vorne sehen können. Und wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, dann einfach wieder absetzen. Nun können wir diesen Pumpendeckel wieder draufstecken und schon haben wir jetzt das Parfüm hier schön rübergefüllt. Methode Nummer zwei ist jetzt halt, wenn hier oben ein Pumpenkopf zum Beispiel kaputt ist und das mit dem Parfümzerstäuber nicht funktioniert. Diese Methode ist etwas brutaler, deswegen erst einmal hier oben den Deckel runternehmen. Dann am besten ein Buttermesser bzw. ein Brotmesser nehmen, was hier vorne einfach schön abgerundet ist. Man kann natürlich auch einfach eine runde Pfeile nehmen. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier zwischen Glas und dieser Pumpe hier oben schön reinkommen. Bevor ich jetzt hier noch das Aufhebeln anfange, noch kurz zur Funktion, warum man das Ganze hier oben nicht einfach abziehen kann. Hier kannst du einmal einen Ring sehen und das außenrum wurde einfach über diesen Ring drüber gepresst. Bedeutet, ich kann es nicht nach oben hin einfach abziehen und kann es auch nicht aufschrauben. Hier hilft einfach nur etwas Gewalt, so wie ich es jetzt halt mache. Und hierfür einfach mal schauen, dass ich zwischen Glas und diesem, ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist, das Ganze einfach einmal leicht nach oben hin aufhebeln kann. Bei mir funktioniert das jetzt schon relativ gut. Hierfür natürlich das Parfüm immer mal wieder etwas drehen. Und somit haben wir es auch schon geschafft, diesen Teil runterzumachen. Nun haben wir hier dasselbe Spiel, dass das Ganze über das Glas drüber gepresst worden ist. Und auch hier muss man einfach wieder jetzt rundherum das alles einmal Stück für Stück einfach etwas aufhebeln. Das dauert jetzt natürlich auch etwas. Wie ich gerade lustigerweise während dem Video herausgefunden habe, schade es nicht, so einen kleinen Schraubenzieher einmal zur Hand zu nehmen. Denn wenn man irgendwo schon mal leicht weggehebelt hat, dann kann man einfach hier schön außenrum gehen und muss nicht immer von vorne anfangen. Ich hoffe, man kann es in der Kamera jetzt auch relativ gut sehen, dass ich das wirklich Stück für Stück hier einfach weghebeln kann. Das ging mit dem Wässer jetzt doch etwas blöd. Bei mir hat es sich jetzt hier außenrum einmal komplett gelöst. Und jetzt kann ich hier oben nämlich meine Pumpe auch schon ganz einfach rausziehen. Und somit habe ich mein Parfüm hier richtig geöffnet. Doch wie gesagt, das Ganze kann man natürlich jetzt nicht wieder rückgängig machen. Wenn du für zu Hause jetzt so ein Parfümzerstauber hier mit einer Pumpfunktion oder auch ein hochwertiges Parfüm, egal ob du Herren oder Damen zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken erstellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in dein Geschäft hier befahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier und drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank. Vielen Dank.